Hallo ihr Lieben und Willkommen zur neuen Maya Welle. Ja, es ist die Maya Welle Kimi der Weiße Welten über Brücker und diese Welle, sie startet am 11. September, sie geht bis zum 23. September und in dieser Welle haben wir, jetzt muss ich schauen, drei Portaltage und einen Vollmond. Ja, diese Welle und ihr habt es schon im Wochenimpuls gehört, deswegen habe ich auch die Deko gelassen des Wochenimpulses, weil es einfach so stimmig ist und ineinander übergeht, hat eine ganz besondere Energie, denn nach dieser Welle kommt ja die Maya Heilwelle und wir haben im Wochenimpuls schon gesehen, wie es in großen Schritten auf Heilung zugeht. Diese Welle ist aber nochmal besonders, weil in der Maya Sprache steht sie für tot. Es geht auch um Vergebung und Demut, aber auch Offenbarung. Das bedeutet für uns Loslassen. Wir lassen los, ohne zu wissen, was nachkommt. Und genau das, das wird in dieser Welle ganz, ganz intensiv vorangeschoben. Mein Paradebeispiel ist immer die Natur. Wir gehen jetzt auch in nicht allzu ferner Zukunft in den Herbst und die Bäume lassen die Blätter fallen. Die Bäume wissen nicht, dass die wieder nachkommen im Frühjahr, aber sie lassen es einfach los. Sie lassen es fallen. Sie passen sich auch an in den Winter eben, wenn es dann übergeht in Herbst und Winter, dass sie eben diese Blätter loslassen für, ja, die veränderte Situation. Also erinnert euch daran, wenn es soweit ist, lasst los, denkt an die Natur, lasst die Blätter los, lasst die Dinge los, die in euch sind, die außerhalb von euch sind, um eben diese besondere neue Wandlungsenergie anzunehmen. In dieser Welle passiert aber noch viel, viel mehr, denn wir dürfen auf einmal erkennen, dass wir, wir selber, jeder von uns, derjenige ist, der über sein Leben bestimmt, was da kommt. Kein anderer. Du bekommst kein Drehbuch vorgesetzt, nachdem du rumhampeln sollst, sondern du entscheidest. Solltest du noch ein Drehbuch vor dir liegen haben, nimm es, zerrupfe es, denn du bestimmst jetzt komplett, was in deinem Leben passiert. Du wirst auf einmal erkennen, wie viele Möglichkeiten da sind, was alles machbar ist. Und vielleicht hattest du die letzten Wochen schon eine Ahnung und jetzt, jetzt wird es immer, immer deutlicher. Es wird immer, immer klarer. Und ja, es ist im Endeffekt, wie, wie kann man das beschreiben, wie, wie wenn du einen Weg gehst und das sind so viele Ecken und Biegungen und du hast immer darauf vertraut, dass du irgendwann ankommst und jetzt, jetzt bist du um die letzte Ecke und es geht eigentlich nur noch geradeaus und du siehst das Ziel schon. Und genau das ist es. Also du merkst auf einmal, wow, es ist auf einem neuen Umbruch. Es ist, da kommt keine Ecke, keine Biegung mehr. Geradeaus, geradeaus aufs Ziel. Und jetzt ist eines wichtig. Dieses geradeaus aufs Ziel ist total easy. Aber da gibt es jemand, der auf deiner Schulter sitzt, das kleine Teufelchen, das dir natürlich alles Mögliche wieder ins Ohr flüstert. Lauf nicht zu schnell, das ist nur eine Fata Morgana, du stolperst, all diese Dinge. Also ihr könnt euch das vorstellen und das natürlich für eure Thematik, so etwa kann das hier laufen. Denn das Ego, das versucht tatsächlich so diese alten Muster zu starten. Das Ego wusste bisher, wo es bei dir die Knöpfe drückt. Jetzt siehst du aber dieses Ziel. Du siehst auch, dass es einfach nur noch geradeaus geht. Und dieses geradeaus, das ist im Endeffekt, schau auf deine Füße, weil da ist so ein Gummiband, das dich immer wieder so zurückschnalzen lässt. Und dieses Gummiband, du musst einfach nur die Schnalle ablegen und vorwärts laufen. Denn dieses Gummiband, das hat auch dieses Ego an deine Füße gebunden, dass du im Endeffekt immer wieder, wenn du fünf Meter vorwärts gehst, wieder diese fünf Meter zurück rutscht. Das sind die alten Ketten, die alten Fesseln, also diese alten Unsicherheiten, alten Glaubensmuster. All das und das fährt das Ego nochmal richtig, richtig auf. Und wisst ihr, was ihr machen könnt? Ganz einfach. Bedankt euch beim Ego. Sagt ihm, hey, ja, du warst an meiner Seite. Du hast mir es nicht immer leicht gemacht. Du hast mich aber vieles gelehrt und jetzt, jetzt brauche ich dich nicht mehr, weil ich gehe jetzt in die Freiheit. Bedanke dich bei deinem Ego und löse diese letzte Fußfessel und gehe vorwärts. Gehe einfach vorwärts auf dein Ziel. Denn diese Wandlung, die stattgefunden hat, die hat tief, tief in dir stattgefunden oder wird sie noch die nächsten Tage. Also du wirst merken, da ist so viel am Geschehen und außenrum. Und es geht aber auch in diese innere Balance, die jetzt so, ja nicht nur greifbar, sie ist schon da. Du spürst schon die ersten Dinge und mit dieser Balance in dir, und auch das haben wir jetzt die letzte Zeit in den Readings ganz intensiv gehört, ist eben auch der Seelenauftrag, der Seelenweg so ganz klar und deutlich, ist diese Energie, die für uns eben vorwärts ist, das, was für uns bestimmt ist, hier ganz, ganz besonders. Heilungsthematiken gehen auch in die Ahnenreihe. Und ich kenne ja die Grundenergie immer, und ihr seht schon, ich habe die Karten für uns gezogen, die jetzt dann auch gleich dazu kommen. Und dass das Heilungsthema in den Ahnen kommt, war mir auch klar. Aber als die Karten kamen, da habe ich auch so ein bisschen schon mal Schnappatmung bekommen, weil ich dachte so, wow, da kommt richtig, richtig eine transformative Energie auf uns zu. Denn wir hatten jetzt ganz, ganz viel mit Ängsten in den letzten Wochen und Tagen. Wir werden aber jetzt das alles hinter uns lassen, weil wir diese Angst in Liebe und Vertrauen umwandeln. Und wichtig ist jetzt einfach nochmal, lass Kontrollthemen los. Egal welche Art Kontrolle, lass sie los. Schau lieber an, welche Transformationen du tagtäglich machst, wie viele kleine Detailstücke sich zeigen. Und sei stolz auf dich, klopf dir selber auf die Schulter mit all dem, was hier passiert. Und dann, dann erinnere dich. Es gibt den Phönix aus der Asche. Und der Phönix aus der Asche, der verbrennt, um dann komplett neu aus der Asche empor zu steigen. Und das ist es, was hier jetzt gerade so mit uns allen und in dieser Energie passiert. Ist das schön. Ich finde das super, super schön und möchte eigentlich schon fast so, wenn man das so hört oder wenn ich das jetzt auch euch erzähle, um was es geht, da möchte man in dieser Energie bleiben, weil es sich so richtig, richtig gut anfühlt. Aber wir unterstützen das ja noch. Wir holen noch die Karten dazu. Und da sehen wir in der ersten Karte, es geht um Hope, Hoffnung. Hoffnung, Hoffnung und jetzt schaut euch das mal an, das ist wie so ein Nachthimmel, der auf dieser Karte ist, aber gleichzeitig auch eine Energie, die Mond zeigt, Vollmond kommt in dieser Mayawelle. Also auch das nochmal ein wichtiger Hinweis, dass der kommende Vollmond, und jetzt muss ich wieder auf meinen Kalender schauen, der ist am 18. September, dass der auch nochmal wichtig wird. Was ist hier mit verbunden? Es ist hier ganz intensiv, also achtet auch auf euer Sakralchakra, was hier zum Vorschein kommt. Und ihr wisst jetzt selber, ihr seid derjenige, der die Zukunft bestimmt. Wenn du jetzt sagst, ich hoffe, dass XYZ passiert, verändere mal deinen Satz. Nicht du hoffst, sondern es wird XYZ passieren. Also positiv, nichts Negatives, wirklich positiv. All das, wo du Hoffnung, wo du Wünsche hineinsetzt. Und fange an, das wirklich auch anders zu manifestieren und in dein Leben zu holen, zu ziehen und zu sagen, ja, tschakka, jetzt ist der Neubeginn. Jetzt ist die Veränderung. Schauen wir auf die zweite Karte und da sehen wir Cosmic Connection, also es ist eine Verbundenheit. Und wenn ihr euch das anschaut, wir beginnen mal hier unten, das schaut so ein bisschen fast aus wie ein Alien, aber wir haben hier unten das menschliche Ich mit den Chakren und dann geht es hier immer weiter hoch. Das sind auch die atlantischen Chakren und dann eben die Verbindung zu dem Göttlichen. Also da geht es ganz, ganz weit und tief und ich möchte auch schon die dritte Karte dazu holen. Free Spirit, denn da geht es in diese Ausdehnung. Hier habt ihr noch die Chakren, die quasi angekitzelt werden und dann, dann wird dem Ganzen entsprungen. Also hier ist tatsächlich mit der Cosmic Connection, dass es um unser Herz geht, dass wir uns mit dem Herz verbinden, welche Wünsche, welche Träume haben wir und dass wir uns öffnen, öffnen für diese Möglichkeiten und entsprechend dieser Möglichkeiten denken. Und dann passiert eben genau das, der Free Spirit. Es ist Freiheit, es ist Geistesenergie und schaut mal, was wir hier haben. Und da haben wir das Feuer im Hintergrund, Feuer, was wir im Wochenimpuls auch gesehen haben. Es ist tatsächlich eine Energie und hier kommen wir in das Basischakra, also auch eine Basisenergie, die uns sagt, jawohl, hier wird an der Basis gearbeitet. Mutter Erde hatten wir im Wochenimpuls ganz intensiv. Also eine Energie, die hier zeigt, wie wir aus uns selber heraus entstehen, aus uns selber heraus entspringen, wie die Hoffnung aus uns selber heraus entspringt. Also eine ganz, ganz tolle Verbindung, die hier zum Vorschein kommt. Ach ja, da möchte man einfach weiter schön durchatmen. Gucken wir, was dann noch dazu kommt. Und hier haben wir Estefania. Und jetzt schaut euch diese Frau an, sie sitzt am Wasser. Estefania, was möchte sie uns mitgeben? Denn Estefania hat hier eine Energie mit sich dabei, die uns sagt, es geht hier tatsächlich darum, ja, eine, eine Frau, die hier schaut, was sind die Ketten? Wo kann sie sich von befreien? Wo kann sie sich verändern? Und das, das ist quasi wirklich dieses, ja, Überwinden, Überwinden von, von Ängsten, von Ketten. Es ist auch ein gewisses Abenteuer, das dabei ist. Also eine ganz, ganz tolle Energie, die aber auch gewissermaßen sagt, jemand, der etwas aufgibt. Also eine aufgebende, eine loslassende Energie. Wenn wir uns Estefania ein bisschen genauer anschauen, dann ist es eine Energie, die sagt, okay, was ist denn so für alter Schmerz da? Lässt man sich diesem alten Schmerz, ja, lässt man den ran an sich, darf der herkommen? Was ist da an alter Schmerz? Also genau das, das Loslass-Thema. Und jetzt hatten wir ja hier auch die Hoffnung mit dabei hier oben. Die Hoffnung auf etwas Neues bedeutet natürlich auch, welche Ketten durchbrichst du, welches Alte lässt du hinter dir, was möchtest du loslassen? Und das ist eben, ja, ganz, ganz intensiv. Und dieses Intensive, das ist auch noch ein bisschen, das geht noch ein bisschen weiter, denn wir haben hier Perpetuia. Perpetuia und sie, sie sitzt hier im Schnee. Der Schnee ist tatsächlich nochmal eine Energie, die uns auch zeigt, dass es bis in den Winter hineingeht. Also da ist ein alter Schmerz. Jetzt wissen wir aber, Loslassen des alten Schmerzes ist eines der wichtigen Dinge. Diese alten Ketten, diese, ja, vielleicht auch Unzufriedenheiten, Dinge, wo man verzweifelt war, wo man gar nicht so weiß, wo geht's hin. Aber hier ist wirklich eine Aufforderung. Und entschuldigt, wenn ich das so deutlich sage, aber die Aufforderung sagt ganz klar, lass den alten Rotz hinter dir. Und darum geht es. Das ist wie so eine Art Schlussstrich ziehen, zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit für das Neue. Ja, das Alte schmerzt sicherlich. Vielleicht jemand, der dir sehr wehgetan hat, der dich verletzt hat und das ist auch präsent. Aber erinnere dich immer dran. Das ist ja auch immer mein Paradebeispiel. Diesen Schmerz trägt man in einem Rucksack mit sich. Und wenn man so ganz, ganz viel Schmerz mit sich trägt, bricht man irgendwann zusammen. Deswegen packe aus diesem Rucksack diesen alten Schmerz heraus und sage, nein, ich trage ihn nicht mehr mit mir mit. Ich lasse es los. Ich lasse es hinter mir. Ich gehe in die Wandlung. Ich gehe in die Heilung. Und dafür ist diese Welle so, so wichtig als Vorbereitung für die Maya-Welle der Heilung, die nach dieser Welle kommt. Und diese Energie, die klopft eben so richtig, richtig, richtig intensiv an. Wir haben hier die Feinde noch. Erkenne deine wichtigsten Lehrer und danke ihnen. Die wichtigsten Lehrer sind wirklich auch die, die uns verletzt haben. Denn hätten sie uns nicht verletzt, wären wir sicherlich nicht außergewöhnliche Wege gegangen. Wären wir wahrscheinlich den einfachsten Weg gegangen und hätten aber nichts gelernt. Wir sind noch in der Phase des Lernens vom Zollkin. Und jetzt geht es eben darum zu erkennen, wer war denn unser Lehrer? Vielleicht kam da jemand, der dir etwas an den Kopf geschmissen hat, das richtig, richtig wehgetan hat. Am Anfang warst du beleidigt und hast dir gedacht, so ein Punkt, Punkt, Punkt. Dann irgendwann hast du vielleicht weiter drüber nachgedacht. Dann irgendwann hat es wehgetan. Und jetzt, jetzt darfst du sagen, okay, ich verabschiede das. Ich verabschiede diesen Schmerz. Ich gehe in die Wandlung. Und das, das wirst du hier erkennen. Und das ist eben mit der Karte Feinde auch gemeint. Es geht wirklich darum, dass du jetzt erkennst, welches Geschenk des Wachstums sie dir gegeben haben. Mal auch ein simples Beispiel. Vielleicht warst du in einem Arbeitsverhältnis, die wurde gekündigt. Im ersten Moment hast du sicherlich gedacht, oh nein, oh nein. Und im zweiten Step kam dann irgendwann so eine Wut. Und dann irgendwann hast du gemerkt, Moment mal, da stehen wir aber jetzt ganz neue Wege offen. Und wenn dann mal eine Zeit vergangen ist, dann schickst du vielleicht innerlich Dankeschreiben, dass diese Möglichkeit dir gegeben wurde. Also du darfst hier wirklich erkennen, dass es gut ist, warum du angeschubst wurdest, wie du eben angeschubst wurdest. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Denn wir haben hier Avalon. Und Avalon sagt, entfessle den Zauber deiner eigenen Magie. Deine eigene Magie kommt hier zum Vorschein. Dazu gehört aber eben auch, diesen Rucksack zu leeren. Diesen alten Schmotter hinter dir zu lassen und dann zu erkennen, dass Avalon tatsächlich eigentlich in dir existiert. Die Möglichkeiten zu sagen, jawohl, du bist eine freie Frau, ein freier Mann und du darfst deine eigene Magie entwickeln. Und ja, da haben wir das Element See. Wasser. Wasser ist hier ganz, ganz federführend als Element dabei. Haben wir im Wochenimpuls gehört. Wasser und Feuer für die Transformation. Und dann kommt da noch Erzengel Michael, der sagt, du bist frei. Du bist frei. Also in dieser Zeit, 10. bis 23. September, bist du frei. Erzengel Michael hat Excalibur dabei. Er durchtrennt all diese Dinge, die du meinst, die an dir hängen sollten oder wo es dir schwerfällt. Er unterstützt dich. Also verbinde dich mit ihm. Er wird dir helfen, diese alten Sachen hinter dir zu lassen. Wow. Und jetzt, jetzt kommen wir zu denen Karten, wo es magisch wird. Denn diese zwei Karten, als ich vorhin die Karten für uns gezogen habe, dachte ich so, wow. Denn wir haben als allererstes Council of Light. Es ist hier tatsächlich, ja, es sind mehrere Geistführer. Es ist wie ein höheres Gericht. Gericht hört sich ja erstmal schlimm an, aber ein Gericht tut auch recht sprechen. Und hier sind tatsächlich Helfer an deiner Seite. Es ist der Rat des Lichts, der dir hilft, der an deiner Seite ist. Und schaut euch das jetzt an. Da haben wir tatsächlich jetzt, dass wir Ketten durchbrechen. Das ist ein Ahnenmuster. Es geht in die Heilung und wir schreiben hier die Zukunft neu. Ist das nicht schön? Wir schreiben die Zukunft neu. Wir verändern sie mit dieser Energie, die hier zum Vorschein kommt. Also es ist tatsächlich, es ist, das ist göttlicher Segen von oben. Da ist eingegriffen worden von oben bei, ich denke mal, bei so ziemlich jedem von uns. Es würde mich wundern, wenn es bei Einzelnen nicht so wäre. Aber es ist eingegriffen worden und es sind hier Dinge am Geschehen, die jetzt Auswirkungen haben. Und diese Auswirkungen, da wird es auch nicht sofort übers Knie gebrochen. Wir haben einen ganz, ganz magischen Herbst vor uns und dieser Herbst mit all den Dingen, die da kommen, ist für unsere Transformation mega, mega wichtig. Also wenn du jetzt bei denen bist, die vielleicht nicht sofort schon spüren, dass Heilung da ist, bleibe ruhig. Verbinde dich mit Erzengel Michael, denn es wird bis, also Pi mal Daumen, bis Weihnachten wird vieles, vieles Magisches passieren, was uns in die richtigen Richtungen schiebt. Wir holen uns die Göttinnen dazu und die Göttinnen, da haben wir als erstes Sedna, die sagt, ich bin eins mit der Natur und allen Wesen. Ja, Sedna mit der Natur ist eben genau das, dass wir in die Natur gehen, dass wir uns aktiv in der Natur aufhalten sollen. Es geht hier auch um Wasser, es geht um Luft, Es geht darum, dass wir uns auch mit der Natur auseinandersetzen. Was können wir der Natur Gutes tun? Das bringt sie eben mit und dann aber auch tatsächlich, dass wir vielleicht auf so Jahreskreisrituale zurückgreifen. Auch das ist hier, was bei ihr mit angestoßen wird. Mard kommt noch dazu. Sie sagt uns, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Und genau das ist es ja, wo wir hingeschubst werden. Wir dürfen entscheiden. Es ist, ja, die Selbstführung, die Selbstdisziplin, es geht um uns selbst. Alles, was du mit selbst verbindest, Selbstwert und all diese Dinge. Und du wirst jetzt auf einmal merken, es ist so wichtig, dich selber zu organisieren, deine Umgebung zu organisieren, damit du eben konzentriert bleiben kannst, damit du dich wohlfühlst und dieses konzentriert und Struktur ins Leben bringen. Zu sagen, okay, vielleicht habe ich in letzter Zeit ein bisschen in den Tag hineingelebt und jetzt ein bisschen klarer, strukturierter, aber auch nicht zu fest gezurrt. Ein bisschen Freiraum dem Leben zu lassen und hier tatsächlich, ja, Entwicklung voranschreiten zu lassen. Die dritte Göttin, die wir haben, ist Irene und sie sagt dir, ich bin in Frieden mit mir und meiner Umgebung. Ja, das sagt es schon alles, denn Frieden, es ist tatsächlich, es geht um gewaltfreie Kommunikation, es geht um achtsame Kommunikation bei ihr, sie ist friedvoll, sie ist absolut friedvoll, es geht darum, Konflikte auch beizulegen, positive Dinge zu entwickeln, all das, das ist hier ganz, ganz wichtig und entscheidend. Du merkst, es geht hier alles in eine Richtung, diese Richtung, die uns sagt, positive Entwicklung, positiv vorausschauend und wenn wir dann hier auf diese kleinen Kärtchen schauen, ihr kennt sie ja mittlerweile, ich zeige euch erstmal die Rückseite, schaut mal, das ist doch so richtig harmonisch, sehen wir, da geht es Schlag auf Schlag, du bist besonders, du bist ein wertvoller Mensch und das darfst du hier anerkennen, sagt die erste Karte. Die nächste Karte sagt, sei einfach du selbst, alles andere gibt es schon, du authentisch, du selbst und dann, ja, du bist magisch, du bist magisch in deiner Energie, in dem, was du machst, was du tust, also eine ganz, ganz tolle Energie, die da auf uns zukommt. eigentlich waren die zwei Karten schon das wertvollste aus diesem ganzen Karten-Reading, obwohl auch in den anderen unwahrscheinlich viel steckt, aber das hier, das war für mich das Magischste. Ich möchte das mit euch jetzt noch unterstreichen, mit den Crystal of Serious Basic Cards. Wir machen wieder eine Siebenerlegung, wir holen uns sieben Karten, wir nehmen sie dazu, um dann einfach das Ganze noch ein bisschen verfeinert zu sehen, um zu erkennen, ja, was es vielleicht noch so einzeln für uns bedeutet und wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr drauf achten sollten. So, und da kommt die letzte Karte. Wir haben die Bewegung, das Vorwärtskommen, genau darum geht es, wir dürfen uns entwickeln, wir dürfen vorwärts gehen in die Veränderung, neue Wege, jawohl, die haben wir eingeschlagen, da geht es immer nur noch gerade aus. Partnerschaft, die richtigen Menschen an unserer Seite, an unserer Hand zu haben. Wir haben den jungen Mann, eine junge dynamische Energie und wir hatten beim Wochenimpuls, wir hatten den älteren Mann, jetzt haben wir den jüngeren Mann, spannend. Daheim ankommen, sich wohlfühlen, also ihr seht, das geht wirklich hier nur noch straight away gerade aus. Urlaub und Auszeit, ja, genug Auszeiten zu haben und dann haben wir hier noch Job und Arbeit. Spannende Sache. Also, ich denke für einen Großteil von uns geht es hier wirklich um ein Ankommen. Ankommen bei sich selbst. Ankommen, wo man sich wohlfühlt. Bei einigen von uns ist diese letzte Karte Job und Arbeit eben ganz wichtig. Also hier, da ist noch die Karte Auszeit und Urlaub davor, bedeutet natürlich auch, nicht aufzugeben, wenn du auf einen Job hoffst, dann lieber diese Auszeit, in der du vielleicht gerade bist, weil du einen alten Job schon aufgegeben hast, für dich zu nutzen. All das zu tun, wo dein Herz verschlägt, all diese Energie anzunehmen und das ist es, was hier eben so anklopft. Also super, super spannend. Und jawohl, wir gehen in die Veränderung. Wow. Ihr Lieben, ich finde das super, super schön. Das deckt sich auch mit meinem Bauchgefühl, wohlwissend, dass die Mayawelle der Heilung da noch kommt und dann auch noch, also gefühlt, einen oben aufsetzt, aber eben, weil es so wichtig ist, weil es so wichtig ist, in diese Transformation, in diese Veränderung zu gehen. Ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich weiß gar nicht, die Zeit verfliegt immer. Ja, was wünsche ich euch? Es geht ja viel um Loslassen, dieses Erkennen, auch was wir durch Menschen gelernt haben, die vielleicht nicht ganz so nett zu uns waren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erkenntnis und dann am Ende genau da anzukommen, zu erkennen, wie toll ihr seid, wie wertvoll ihr seid und wie wichtig ihr seid für eben auch die Entwicklung von Mutter Erde und dessen, was so gerade alles hier bei uns auf der Erde passiert. In diesem Sinne, ganz viel Licht und Liebe und Namaste. kein Mensch, das ist das ist Vielen Dank.